Meine Damen und Herren, ich freue mich, dass ich heute die Ministerpräsidentin von Moldawien, Maja Sandu, hier in Berlin begrüßen darf. Sie haben sicherlich zum Teil jedenfalls mitverfolgt, wie die Amtsübernahme durch Maja Sandu erfolgt ist. Es waren für europäische Verhältnisse sehr ungewöhnliche Umstände, die viel Mut erfordert haben und auch sehr schnelle und auch kritische Entscheidungen. Ich glaube, dass damit eine Regierung im Amt ist, die einen proeuropäischen Kurs, aber vor allen Dingen auch einen Kurs fahren kann und gehen will, der vor allen Dingen Politik für die Menschen im Land macht. Das bedeutet gegen die Korruption, für ehrliche, transparente Institutionen. Da sagt man, glaube ich, nicht zu viel, wenn ich sage, dass da sehr, sehr viel Arbeit auf die Regierung wartet. Wir freuen uns über die proeuropäische Ausrichtung. Die Europäische Kommission hat ja bereits auch deutlich gemacht, dass sie diesen Weg Moldawiens unterstützen will. Wir tun das von deutscher Seite auch aus ganzem Herzen. Und so haben wir heute über die verschiedenen Punkte gesprochen. Wie kann die wirtschaftliche Entwicklung belebt werden? Wie kann man den Menschen möglichst schnell zeigen, welche Erfolge es auch geben kann? Wie können die vor allen Dingen juristischen Institutionen gestärkt werden, damit Recht und Gesetz durchgesetzt werden können? Und das alles erfolgt ja in einer Umgebung, in der es auch sehr viel Armut gibt, in der es sehr viele Menschen gibt, denen es schlecht geht, in der sehr viele Menschen in den letzten Jahren das Land verlassen haben, die wieder ermuntert werden müssen, in das Land zurückzukehren, um dort ihre Perspektive zu sehen. Die Ministerpräsidentin hat mir erzählt, dass es eben auch sehr viele ältere Menschen gibt, deren jüngere Kinder längst im Ausland leben. Und das hat natürlich die Struktur von Moldawien auch geschwächt. Wir haben über 300 moldawische Nachwuchskräfte zum Beispiel in einem Manager-Fortbildungsprogramm gefördert. Solche Dinge können wir auch in Zukunft tun. Wir haben 400 deutsche Unternehmen, die in Moldawien engagiert sind. Wenn man ihnen sozusagen gute Bedingungen bietet in kurzer Zeit, wird es sicherlich auch mehr Direktinvestitionen, damit auch mehr Arbeitsplätze geben. All das ist eben sehr wichtig. Wir haben 2016 mit der Republik Moldau ein Assoziierungs- und Freihandelsabkommen abgeschlossen. Das ist sehr weitreichend. Und ich glaube, man kann sagen, ein paar Erfolge sind auch jetzt schon sichtbar, die die Exportströme und Importströme verstärkt haben. Und deshalb sind natürlich aus unserer Sicht auch die Wirtschaftsreformen von allergrößter Bedeutung. Es war sehr interessant, sich mit Maja Sandow ausgetauscht zu haben, weil wir am Anfang vieles auch noch nicht ganz verstanden haben, was dort vor sich ging. Und ich darf aus ganzem Herzen sagen, wir wünschen Ihnen und Ihrem Team von ganzem Herzen viel, viel Erfolg bei dieser sehr, sehr schwierigen Arbeit. Wo immer notwendig, werden wir versuchen, Sie zu unterstützen. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.